Hallo ihr alle da draußen, ich melde mich jetzt auch mal hier wieder zurück und hab mir wieder viel zu viele Gedanken gemacht, wie man alles irgendwie jetzt machen könnte, was ich machen könnte. Mich einfach mit der Akustikgitarre hinzustellen und ein paar Liedchen zu singen, fand ich irgendwie langweilig und aber irgendwie, glaube ich, ist das alles gar nicht langweilig, weil ihr seid jetzt, glaube ich, für jedes Entertainment zu haben und auch erfreut darüber, dass ihr was zu tun habt. Ich hab mir ein bisschen Gedanken gemacht und hab mir überlegt, dass ich das nicht nur bei musikalischen Sachen belasse, sondern dass ich auch euch mit anderen Sachen belustige und füttern werde. Und wir fangen jetzt einfach mal damit an, der Manu und ich. Der Manu ist der Tonmann von, oder der Haupttonmann von Bob in B. Und mittlerweile auch ein guter Freund von mir. Wir beide haben uns überlegt, oder ich hab mir überlegt, dass wir mal einen Podcast machen können. Das ist aber schon Monate her. Und dann ist ganz viel dazwischen gekommen, wie es halt so ist. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir das alles machen können und, 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 und. Ich möchte euch da gar nicht länger mit aufhalten. Es ist aber so, dass wir jetzt gesagt haben, okay, wir haben ja schon mal drei Testfolgen vor ein paar Monaten aufgenommen. Und die sind auch irgendwie ganz lustig. Und wir haben gesagt, egal, wir hauen sie jetzt einfach raus und, äh, ja, freuen uns auf euer Feedback. Wir sind sehr gespannt und, ähm, gerne, gerne, gerne auch immer schicken. Ja, gerne auf Facebook, äh, auf meiner Seite, äh, oder bei Instagram auf meiner Seite irgendwie, äh, posten Feedback zu dem, was jetzt alles passiert, äh, Vorschläge, äh, was auch immer. Wie im Moment kriegen wir keinen Applaus und das ist das Einzige, was uns quasi wie Applaus zurückgegeben wird, wenn ihr uns irgendwelches Feedback gibt. Äh, ihr könnt auch an Mail at michibock.de schreiben. Das ist, kommt auch alles an. Also wie gesagt, jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei unserem neuen Podcast. There is no business like Showbusiness. Und den könnt ihr hören, äh, bei Spotify zum Beispiel. Äh, den Link werden wir euch jetzt mal hier mit reinschreiben. Und dann, äh, ja, viel Spaß und bis die Tage. Tschüss!